ich kündige jetzt schon mal an meine Begriffe zu verleihen und zwar aus dem Grund bei meiner Priesterin, die muss ich demnächst weiterspielen und die ist 45 und die hat auch schneidereit vor uns kommt und das hat man mich auch so viel ausgegeben, ich kann ja keine E-Zins verkaufen, der darf man so gut in Gold ah ja, ich kann keine E-Zins verkaufen zumindest keine E-Zins BAMS Where are you? Here, not where you are Jo, ne ich nicht, mir fehlt noch einer Oh jetzt, ok Blablabla JAKDTETIS Oh ne, ich seh jetzt wirklich noch an der alten Stelle Die Waffe die man da bekommt ist irgendwie lustig Hm Ah, doch, gut 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 Ja, gut Vielleicht Ja Ja Du Einblick Was dann? Ähm Ich hab, ähm, ich hab halt den Quest angegeben, aber den neuen Quest noch nicht angenommen Und dann hab ich auf die Weltklasse geguckt Vielleicht Oh du bist Gruppenführer, ok Oh, oh, oh Ok, Gnome Regan, weiß das Und hab ich schon mal gesagt, dass die Kopfrüstung verdammt hässlich aussieht? Ich mein, schau dir das mal an Ich finde ich schön Ah, Mann, warte, 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 ähm, abbrechen Und nochmal Schallupf, zur Kopfrustung Äh, wegen der Quest, oder? Ja Ok Ich würde vorschlagen, wir nehmen die mich, äh, wir nehmen die mich auf die 2. Weil... Ich mein, die Instanz ist zwar sehr kurz, aber hoffentlich Jo, wir könnten theoretisch, falls ein Rearm-Up da ist, könnten wir nur schnell den Kampf gegen den Rearm-Up aufnehmen Jo Aber ich glaube, das mit dem Rearm-Up wird sowieso nicht so wirklich sein Mhm Kann ich eigentlich meinen Rear-Wandler befehlen, der soll da rüber laufen, und dann... Pullt er da alles Ne, macht er nicht Cool Gehen wir mal einen neuen Gesundheitsstein und... Ok Warte, 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 warte... Boah Ich hab ein volles Inventar Oh, wie gern würde ich jetzt die Stoffe zu meinem Hund von Malia schicken Äh, und so? Dann machst du nicht Ich mach mein Inventar leer Du, alte Stein Dankeschön Bitte sehr Boah Hatte ich grad nen üblen Lag, oder? Ich glaube schon, naja Nein, ich glaub das war ne Patova hier, ich such schon mal die nächsten Wow, Kriegstreiber Oh Was zum... Ok, ich hab ihn gefunden Die sind ja unsichtbar, stimmt Die sind ja unsichtbar, stimmt Die sind ja nicht Mhm Mhm Ähm... Wo... Katakrissen Also wo der... 4.0.1 Patch angelaufen ist Also... 3 3 Ah Übrig Äh, halt da wo man nicht bis 85 leveln konnte, sondern halt einfach nur... Die neue Welt war da Anschauen konnte Genau Ähm... Da hatten ja unsichtbare Gegnern so nen Bug Äh... Du konntest zu einem unsichtbaren Gegner hinlaufen Aber er blieb stehen Er konnte, solange er in Verstohlenheit war, konnte er sich nicht bewegen Und man war zwar immer in Fight, aber die Gegner konnten sich nicht bewegen War immer ganz witzig Ja, wo ist der Gegner, wo ist der Gegner, wo ist der Gegner Du such finden, ich such hier vorne Ok Weil... Das... Baktera Hmm... Baktera Achja, übrigens, wo ist denn unser kleiner Mini-Raptor Oh, ich glaub ich hab sie Ne, doch nicht Aber wir hatten noch mal so nen Mini-Raptor, oder? Ja... Hat irgendwann geändert... äh... geändert einfach Achso, ok Jo, ich hab hier mit Tode gequestet und dabei die Questreihe ziemlich lustig Weil dann ist man irgendwann... Der hat doch durch die Gegner geschrieben durch Hm, irgendwie schon, jo Da hast du den... Du stehst gleich, 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 du stehst gleich Du hast weg, du hast weg, du hast weg, du hast weg, du hast weg Okay, gut Du stehst aber noch immer gleich Glaub ich Irgendwie Ja... Du stehst du das Ja... Infight, Sauberstone Ey, cool, danke Warte, warte Warte, warte, ich hab's dir noch nicht Warte, warte, ich hab's dir noch nicht Jetzt ist es zwar nicht mehr Infight, aber egal Hast du den Gegner schon gefunden? Diese Bug Terra? Ne Ne, ich hab grad nen normalen Panther gekillt Okay Weil die alle im Suchenball zusammen Infight all Jupp Oh, Level 39 Horde Besser an dich eingreifen Bacteria... Nö Ach, hier ist ja ein Schutzfunkel Ach, warte mal, ich glaub... Ne, das... das... der Gegner ist ja in Verstohlenheit Das ist ja voll mies, die Quest hier Die Horde rennt, sie macht alles wieder Die Horde rennt, sie macht alles wieder Die Horde rennt, sie macht alles wieder cuatro Warte Warte auf der Karte, hat Zornkopf angezeigt, hätt... Oh, ja, irgendwo schon Ach, die ist jetzt nicht im Vorsturmhalts-Modus Ich halt ihn hin, komm, du? Soll ich direkt durch Zornlader Lager, Lager durchrennen Das ist bei Zorn lager deselfs Warte mal, näher keine Soll, bin der drin Die Bede will nicht Beide ja Ja, ne ich hoffe Nein nicht, aber war der der meistern gewünscht heiligkeitscheid so ein dort mt ab und kräft vielleicht dann vom bachler da ist noch vieles anbieter mit der berufung von mir gehalten durchsagen war Ich habe keine Angst vor Taron! Ja, du bist ja auch gesellensteint. Ich geh da lieber mal außen rum. Stopp, 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 stopp. Oh, ne. Ich hab schon runtergefahren, besser als Taron. Ich wäre gestorben. Ah, süße. Wer keine Angst hat, der lebt in Frieden. Es sei keiner mehr provozieren kann. Kralle von Tetis. Da! Gegner! Ähm...